Du möchtest wissen, wie du negative Rezensionen von deinem Google-Profil bekommst oder was du auch vor allem dagegen unternehmen kannst? Dann bleib auf jeden Fall hier dran. Wir sehen uns nach dem Intro wieder. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann bis gleich. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist wie immer Nico Becker. Ich habe mir heute den Saad Schamow an meine Seite geholt und wir möchten heute über das Thema Google-Bewertungen bzw. Google-Rezensionen sprechen. Ich denke, jeder Unternehmer hat irgendwann in seiner beruflichen Laufbahn mal damit zu tun gehabt und man muss sich natürlich damit auseinandersetzen, weil die Frage ist immer so ein bisschen, wie gehe ich damit um? Also ich bekomme das oder wir bekommen es auch regelmäßig in den Gesprächen mit, mit unseren Partnern, weil wir natürlich mit Facebook-Kampagnen in erster Linie Sichtbarkeit erzeugen und diese Sichtbarkeit natürlich sich auch irgendwie darauf auswirkt, dass Leute sich mal Google-Bewertungen durchlesen. Und das ist jetzt kein Einzelfall, dass wir irgendwo mal gehört haben, Bewerber melden sich irgendwo, tragen sich dann aber nicht ein, weil sie halt einen Google-Auftrag oder Auftritt gesehen haben und da irgendwie 2,3 Sterne oder so drin waren. Das heißt, du als Unternehmer, auch wenn du gar nicht planst, in die Sichtbarkeit zu gehen, solltest dich auf jeden Fall mit diesem Thema auseinandersetzen, weil wir sprechen natürlich von einer Dunkelziffer. Leute, die sich nicht bei dir melden, weil sie Google-Bewertungen gesehen haben, die werden dir auch nicht sagen, dass sie sich nicht gemeldet haben, weil sie sich nicht bei dir gemeldet haben. So, muss man einfach einmal verstehen. Nichtsdestotrotz möchten wir heute, ja wie gesagt, einmal darauf eingehen, was kannst du dagegen tun? Wir werden hauptsächlich über das Thema Google sprechen, später auch noch ein bisschen über die sozialen Medien. Und ich möchte dir eigentlich nur eine Sache mitgeben, die ich persönlich oder wir hier für das wichtigste Mindset halten, wenn es darum geht, und zwar einfach mal, ja, wenn jetzt eine Google-Bewertung kommt, die schlecht ist, dass das Erste, was wir hier bei uns machen, was du auch für dich machen solltest, ist, das Telefon in die Hand zu nehmen und die Person anzurufen. Ganz einfach. Oder unterm Strich, wenn man es so möchte, eine Google-Bewertung ist für dich logischerweise irgendwo eine Chance, dass du was besser machen kannst. Ich weiß, jetzt sagen viele, ja, Google-Bewertungen sind ja manchmal so geschrieben, dass das Quatsch ist. Ich habe auch schon von Kunden gehört, das sind, ja, jetzt hier beliebige Beleidigungen einfügen, möchte ich natürlich nicht sagen. Aber unterm Strich ist es ja letzten Endes so, irgendjemand hat bei dir in der Erwartungshaltung gekauft. Du konntest diese Erwartungshaltung vielleicht nicht erfüllen oder muss ja gar nicht ein Kauf gewesen sein, kann auch eine Beratung gewesen sein. Auf jeden Fall konntest du die Erwartungshaltung nicht erfüllen und deswegen ist diese Google-Bewertung wahrscheinlich zustande gekommen. So, und da geht es einfach nur um die bloße Frage, wie kann man es vielleicht beim nächsten Mal schaffen, dass der Kunde oder ein anderer Kunde vielleicht nicht diese Erwartungshaltung hat? Oder auf der anderen Seite, wie kannst du es schaffen, dass diese oder jene Erwartungshaltung erfüllt wird? Von daher mein erster Tipp an dich, wenn du eine Google-Bewertung bekommst, die schlecht ist, ein Stern, zwei Stern und ein entsprechender Text dazu, nimm das Telefon in die Hand, du weißt ja in der Regelung, wen es sich handelt und ruf die Person an. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, alleine, dass du dort anrufst, das zeigt schon mal guten Willen. Da rechnen die meisten nicht mit. Also ich kenne kaum Unternehmen, was das auch tatsächlich macht. Die meisten Unternehmen, die schreiben dann irgendwie eine Antwort, die sich vielleicht auf entsprechendem Niveau befindet, aber kaum ein Unternehmen ruft da wirklich an. Und ich kann dir, wie gesagt, auch aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn du da anrufst und einfach mal nachfragst, wie es dazu gekommen ist, ein Teil der Leute, ein Teil der Rezensenten wird automatisch diese Bewertung wieder rausnehmen, nur weil du eben guten Willen gezeigt hast. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn dann so eine Diskussion da drunter dann noch entsteht. Also du antwortest, die antworten und dann sie ist halt noch öffentlicher. Auf jeden Fall. Und das muss man auch beachten. Also ich finde persönlich auch ein Unternehmen, was vielleicht ein bisschen größer ist und dann anfängt, also man kann ruhig darauf antworten, so ist das nicht gemeint. Aber wenn du anfängst, dich irgendwie zu rechtfertigen für irgendwelche Sachen, kommt, finde ich, persönlich jetzt nicht immer so professionell rüber. Aber wenn du in dem Gespräch bist und es kommt vielleicht so weit, dass wir nicht an den Punkt kommen, dass der Kunde das Ganze rausnimmt, dann frag wenigstens, wie ist es dazu gekommen? Du kannst immer noch eine Antwort formulieren, die vielleicht für dich, also für den Außenstehenden, der nachher so aussieht, dass das Ganze ja immer noch ein gutes Image für dich war. Aber frag auf jeden Fall, wie es dazu gekommen ist, wie das Ganze gemeint ist, weil ich denke, wir wissen alle, wie die meisten Google-Bewertungen entstehen. Man schreibt ja jetzt nicht in einem Moment, wo man gerade reflektiert hat und vernünftig das Ganze bewertet, sondern meistens ist man wahrscheinlich gerade richtig genervt und will einfach mal ein bisschen Dampf ablassen. Und deswegen formuliert man manche Sachen vielleicht auch manchmal nicht so, wie man sie gerade gemeint hat. Und da ist eben deine Aufgabe, wirklich mal nachzufragen, wie ist das oder das gemeint. Auch hier kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, viele Kunden, wenn sie ihre Bewertung dann nicht rausnehmen, und formulieren sie nochmal um, dass sie vielleicht ein bisschen milder ist oder sowas, dass du, wenn du darauf antwortest, einfach bessere Angriffsfläche in Anführungsstrichen hast. Und dann geht es wirklich darum, herauszufinden, okay, ist diese Google-Bewertung vielleicht sogar in irgendeiner Form gerechtfertigt? Also kann ich da was für mich lernen, für mein Unternehmen? In der Regel kannst du immer was lernen. Aber gibt es da vielleicht sogar wirklich einzelne Prozessbausteine, wo hier systematisch was falsch gelaufen ist, was du das nächste Mal besser machen kannst? Und dann verspreche ich dir, wirst du solche Google-Bewertungen in Zukunft auch mit anderen Augen betreuen. So, jetzt gibt es natürlich noch eine Kategorie von Google-Bewertungen, die möchte ich auch nicht außer Acht lassen. Und zwar sind das wirklich Bewertungen, die einfach nur Quatsch sind. Auch sowas kommt leider Gottes vor. Ich denke, auch da ist kein Unternehmen vor geschützt. Will ich jetzt nicht zu tief darüber eingehen. Es gibt Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Also auch Google bietet letzten Endes Unternehmen die Möglichkeit, sich gegen sowas zu schützen. Du kannst letzten Endes Google-Bewertungen, wenn du wirklich der Meinung bist, dass sie den Sinn verfehlen oder nichts mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung zu tun haben, kannst du, wie gesagt, dagegen vorgehen. Halte ich jetzt persönlich immer nur für das äußerste Mittel. Also ich habe wirklich oder wir haben hier sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Wirklich so schnell du kannst die Person anrufen und einfach nur gucken, was dahinter steckt. Gucken, was kannst du da für dein Unternehmen daraus lernen. Man kann auch ganz einfach mal nachfragen, hey, Person XY, was müsste ich jetzt machen, damit du die Bewertung wieder rausnimmst? Ganz einfache Frage. Also es kann ja auch noch sein, dass man sich in einer aktiven Zusammenarbeit befindet und dann einfach nur der Kunde möchte, dass irgendwas anderes läuft. Also nimm auf jeden Fall dieses Feedback auf. Überleg dir nicht im ersten Schritt, was du jetzt dagegen sagen kannst, um der Person jetzt sozusagen entgegen eins auszuwischen, sondern nimm einfach das Feedback auf. Schau, was du daraus lernen kannst. Und ja, im Zweifel kannst du natürlich eine Antwort verfassen oder gegen so eine Bewertung vorgehen. Aber in der Regel, kann ich dir sagen, ist das meistens nicht notwendig. Wie vorhin gesagt, haben wir jetzt natürlich nicht nur Google. Also Google ist, denke ich, der präsenteste Ort, wo man Meinungen hinterlassen kann zu einem Unternehmen. Aber es gibt ja heutzutage schon deutlich mehr Plattformen, wo man sowas kundtun kann. Da wird dir aber der Kollege noch ein bisschen mehr zu sagen können. Ja, der Einstieg ist zwar trotzdem meistens Google. Du siehst ja, wenn du ein Unternehmen googelst, erstmal die Google-Bewertung selber. Aber wenn du da auch in der Mitte ein bisschen weiter runter scrollst, dann wirst du sehr, sehr schnell Facebook, Instagram und alles Mögliche von dem Unternehmen sehen. Und hier ist natürlich die Gefahr, wenn man sich jetzt nur auf Google fokussiert, wie laufe ich denn bei den anderen gerade? Wie werde ich bewertet? Habe ich sie überhaupt auf dem Schirm? Wir hatten ja ein Beispiel hier mal mit einem Partner von uns, der auf Knu nur sehr, sehr, sehr schlecht bewertet war. Also wirklich unterirdisch schlecht mit unter zwei. Aber der wusste nicht mal, dass er einen Auftritt dort hat. Und dieses Bewusstsein dafür überhaupt schaffen, wo bin ich überhaupt überall vertreten? Wo bin ich sichtbar? Sei es Facebook, Instagram. Ich glaube, LinkedIn hat nicht so ein klassisches Bewerten. Instagram auch nicht wirklich. Da kommen wir gleich zu was anderem. Aber Facebook hat ja auch eine Bewertung und Followeranzahl und so weiter. Und das sind so alle Sachen, die ein Mensch von außen bewerten kann. Sprich, wenn du das Unternehmen neu gegründet hast, aber erst drei Follower hast, dann kann das nach außen ausstrahlen, dass ein Unternehmen, das kaum Follower hat, ist nicht attraktiv genug oder ist nicht seriös so. Und auf solche kleinen Sachen muss man natürlich auch achten. Und das ist das Wichtige, dass man diesen Kosmos schafft. Vielleicht in einem, sagen wir mal, alle zwei Wochen oder einmal im Monat googlest du dich selber mal und schaust, wo werde ich überhaupt gefunden? Der zweite Part ist natürlich Kommentare. Das, was bei Google jetzt vielleicht nicht immer so ist, also da hat man ja eine große Beschreibung, aber bei Facebook, Instagram und so weiter, die bezahlten Werbeanzeigen, da hat ja jede Person quasi jederzeit die Chance zu kommentieren. Und das ist auch nicht immer geil, was die schreiben oder schön, was sie schreiben. Und hier natürlich auch erst mal das Wichtigste, immer sachlich bleiben. Also man muss selber einordnen können oder sollte man einordnen können, wer ist das gerade, der es kommentiert? Ist das einer, der einfach alles kommentiert, der immer Schwachsinn kommentiert? Und hier ist es auch, wie bei Google, das Schlimmste, was du machen kannst, auf jeden Kommentar jetzt einzugehen und da in die Diskussion zu gehen, weil das kann dann wieder nach hinten losgehen. Hier muss man einfach bedacht sein. Das heißt, wenn eine Frage gestellt wird, solltest du auch antworten. Jetzt stell dir mal vor, da ist eine Anzeige von dir und darunter haben zum Beispiel acht Leute eine Frage gestellt und du hast zu keinem geantwortet, reagiert nichts. Dann denken die Leute auch, hey, der macht ja auch nichts hier. Ist das überhaupt wieder ein seriöses Unternehmen? Der antwortet uns nicht mal. So verlierst du wieder Leute und die Dunkelziffer wird wieder höher. Wenn du aber kommentierst, dann würde ich sagen, dass du immer sachlich bleiben sollst und immer am Ende vielleicht auch mit einer Call to Action da rausgehst aus dem Gespräch. So zum Beispiel, jemand stellt eine Frage, du beantwortest ihm, aber gibst ihm auch eine Möglichkeit, um wieder in Kontakt mit dir zu treten. Sprich, sei es, wenn noch irgendwas ist, melde dich oder auch direkt eine Mailadresse, Telefonnummer kann man auch kommentieren. Und dann hast du auf jeden Fall einen viel besseren Eindruck hinterlassen. Das Ganze ist jetzt auch kein Hexenwerk. Das ist, wie ich schon meinte, man muss einfach nur regelmäßig bei sich auf Facebook, Instagram oder Google halt immer wieder online gehen, schauen. Habe ich Kommentare bekommen? Habe ich, wurde ich, ja, Kommentare sind das Schlimmste. Lassen wir uns dabei bleiben. Likes sind okay. Es gibt ja auch Facebook mittlerweile diese Reaktion. Sprich, die können auch diese Lachsmiley und so weiter machen. Das darfst du gar nicht ernst nehmen. Das ist alles, alles ist auch gut. Und es gibt auch, es gibt auch Theorien, die sagen, der Algorithmus wird gefördert. Also der Facebook-Algorithmus, wenn da mehr Leute kommentieren oder liken und so weiter oder teilen. Das stimmt auch. Zwar jetzt, das ist jetzt nicht entscheidend, aber es kann den Algorithmus befeuern. Und deswegen achte immer drauf, sei aktuell, achte auf die Datenlage. Wo wird mein Unternehmen gesehen? Und dann bist du auf jeden Fall gut vorbereitet. Auf jeden Fall. Eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar der, ich sage mal, größte Hebel natürlich gegen negative Rezensionen sind viele gute Rezensionen. Ja. Also das haben wir auch schon ein paar Mal hier auf diesem Kanal dokumentiert, beziehungsweise aufgenommen. Wenn du keinen Prozess bei dir hast, der regelmäßig gute Bewertungen auf deinem Google-Profil letzten Endes spült, dann solltest du das als allererstes ändern. Also die Panik bricht letzten Endes nur aus, wenn du mal wirklich zwei schlechte Google-Bewertungen am Stück bekommst und da ist aber keine gute Bewertung, ja, dann sieht es natürlich schlecht aus. Aber ich würde sagen, wenn jetzt ein Unternehmen nur gut oder nur schlecht bewertet ist, ist das unrealistisch. Also wenn du jetzt auf zehn gute Bewertungen meinetwegen einen schlechten bekommst, das sollte nicht das Ziel sein. Aber dann würde ich niemals sagen, dass das irgendwie ungewöhnlich ist. Also wie gesagt, nochmal als letzter Hinweis, das Beste, was du gegen schlechte Rezensionen tun kannst, ist einfach viele Gute zu bekommen. Wenn du jetzt mehr unzufriedene als zufriedene Kunden hast, dann ist das nochmal ein anderes Thema. Aber du solltest in der Regel erstmal gucken, okay, wie bekomme ich möglichst viele gute Rezensionen. Dann fällt so eine schlechte Rezension nicht unbedingt ins Gewicht. Ja, am besten auch einen Prozess schaffen dafür einfach. Genau, am besten einen Prozess schaffen. Meine Wege nach der Montage zwei Wochen später anrufen, haben wir dutzende Partner, die das genauso machen, was wunderbar funktioniert. Ist überhaupt nicht schwer, bringt aber super viel. Und da kannst du einfach am meisten rausholen. Und wenn es da mal eine schlechte gibt, hast du hier und heute erfahren, was du dagegen tun kannst. Und ja, wir hoffen, dir hat das Video an der Stelle gefallen. Schau dir auf jeden Fall noch die restlichen Videos hier auf diesem Kanal an. Und dann würde ich sagen, wünschen wir dir erstmal einen schönen Tag. Bis dahin. 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 Bis dahin.